Hallo, wir zeigen dir, wie du Angebotspositionen auswählen kannst. Über den Reiter Angebote und Angebote schreiben gelangen wir in die Angebotsmaske. Du hast hier die Möglichkeit, bei Produkten und Serviceleistungen auszuwählen. Open Handwerk bietet verschiedene Wege, Positionen und Angeboten abzubilden. Weg Nummer 1, du entscheidest dich für eine Serviceleistung, kannst hier eine Normalposition begehen. Die geht automatisch in die Kalkulation. Du hast die Möglichkeit, eine Serviceleistung als Alternativposition anzulegen oder du hast die Möglichkeit, eine Serviceleistung als Bedarfsposition anzulegen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, auch Produkte als Normalposition anzulegen, als Alternativposition oder als Bedarfsposition. Alternativ- und Bedarfsposition gehen dabei nicht in die Kalkulation ein. Im Bereich Produkt haben wir noch die Spezifikation, wenn du dich für ein Produkt entscheidest, dass die Software dich fragt, ob du auf dein Leistungsverzeichnis zurückgreifen möchtest oder ob du auf deinen hinterlegten Datum und Katalog zurückgreifen möchtest. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, auch eine freie Provisition zu erstellen. Damit landest du automatisch in der Angebotsmaske, um manuell eine neue Position, die du zukünftig benutzen möchtest, hier anzulegen. Möchtest du einfach schnell loslegen und dein Angebot schreiben, kannst du auch hier über eine freie Textwahl sofort mit dem entsprechenden Leistungstext beginnen. Dieser wird dann aber nicht ins Leistungsverzeichnis übernommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.